hallo leute und herzlich herzlich willkommen bei meinem neuen video von dhokan und jetzt die japanische version dran und bei der japanischen version habe ich nicht so gute karten aber egal bei der fransche version aber den roten der rotes besser und den medien der blau so jetzt und jetzt gut jetzt Das fragt sich noch, hey, wieso geht das jetzt? All diese News da. Weißt du? Machen, machen, bitte. Alter, wie lange dauert das? Oh, können wir jetzt noch ein Pack öffnen? Oder? Ne, noch ein Pack. Oder wir spielen drei Spiele. Dieses Lied, Alter. So, wir können noch Pack öffnen. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir können noch Pack öffnen. So. Ich will hier den Brawley gewinnen. Oder den Vegeta. Oh, warte mal. Nicht Brumme hier. Ah. Noch vier Spiele. Aber wir spielen jetzt einfach mal. Und wir sehen uns dann, wenn wir fünf Steine bekommen haben, dann können wir noch ein Pack öffnen. Wir sehen uns gleich. Und ja, Leute, wir sind wieder da. Wir haben jetzt fünf Steine. Jetzt kaufen wir noch ein. Ne, wir kaufen jetzt einfach ein Pack. Wollte ich gerade sagen. Wir öffnen jetzt ein Pack. So. Jetzt hier. Ich will diesen Brawley einfach nur. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir den kriegen im Video. Hoffentlich wird der Super Saiyan. Ich will den. Mr. Satan. Ja, Mr. Satan ist dabei. Der bringt immer Glück. Alter, jetzt leckt. Slash like. Und das leckt richtig, hallo? Ihr seht es, oder? Ihr seht es. Alter, was ist das für ein Leck? Hallo. Genau, weil mit Aufnahmen leckt es. Ja, alles weiß, alles klar. Raditz. Ist ein R, aber der ist richtig geil. Raditz. Die will ich nicht vertreten. Raditz hatte ich noch nie in meinem Pack. Und jetzt Colonial ist das. Robiko. Wszyst offen dir nicht. Okay. Aber ich bin im Packial. Okay. Okay? 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 Okay, wir sehen uns beim Nachbar. 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 Wir sehen uns beim Nachbar.